Matthias Fischedick ist Business-Coach und Keynote-Speaker. Seit über zehn Jahren entwickelt er Manager und Teams. Der diplomierte systemische Coach und Mental-Coach verfügt über fundiertes psychologisches Wissen. Darüber hinaus kommt er als ehemalige Führungskraft in internationalen TV-Konzernen aus der Praxis. Matthias Fischedick ist Autor zweier erfolgreicher Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und mit seinen Vorträgen setzt er nachhaltige Impulse für mehr Motivation und Selbstverantwortung. Hallo, mein Name ist Matthias Fischedick. Wäre das nicht großartig, wenn wir alle unsere Ziele erreichen würden, zufrieden wären mit unserem Job und die Figur hätten, mit der wir uns wirklich wohlfühlen. Leider ist das nicht immer so, aber ich habe herausgefunden, wer dafür verantwortlich ist. Der Jammerlappen. Was, ich? Ja, denn bei jedem von uns versteckt sich ein kleiner Jammerlappen zwischen den Hirnwindungen und sorgt mit seinen Denkmustern dafür, dass wir uns selbst im Weg stehen. Was? Jetzt soll ich wieder an allem schuld sein? Das ist ja unmöglich. Ich habe immer von Anfang an gesagt... Wenn Sie wissen wollen, wie Sie Ihren Jammerlappen zum Schweigen bringen... Dann sind meine Vorträge genau das Richtige für Sie und Ihre Gäste. Auf humorvolle Art nehme ich den kleinen Jammerlappen in uns unter die Lupe. Was Ihnen wahrscheinlich als erstes auffällt, ist dieser große ausgeleierte Mund. Der ist so ausgeleiert, weil er uns immer wieder dieselben Leidensgeschichten erzählt. Und nur wer sich die immer wieder anhört, ist ein echter Freund. Ich verstehe gar nichts mehr. Musst du auch nicht. Ich melde mich gleich nochmal. Also, ich habe das Gefühl, dieser Fischedick nutzt mich nur aus. Sie erfahren, mit welchen Denkmustern wir uns immer wieder selbst im Weg stehen. Und die sind im wahrsten Sinne des Wortes steinzeitlich. Und damals hattet ihr ja noch eine andere Berufsbezeichnung. Der hieß ja nicht Jammerlappen, sondern Lebensretter. Übersetzt heißt das für die Steinzeit, lieber einmal zu viel vor einer vermeintlichen Gefahr wegzurennen, als einmal zu lange zu warten und zu genau hinzugucken, ob das jetzt wirklich eine Gefahr ist. Und wenn wir verallgemeinern und jammern, dann schauen wir nicht mehr genau hin. Dann übersehen wir Chancen und Möglichkeiten. Und wer jetzt von Ihnen denkt, verallgemeinern? Ich? Nie! Bei dem ist es schon passiert. Ich gebe Impulse, die Ihnen helfen, diese mentalen Blockaden aufzulösen. Sie erfahren unter anderem, wie Sie Ihr Potenzial besser nutzen und wie Sie Ihre Flexibilität steigern. Durch eine Prise Humor kommen meine Inhalte dort an, wo Sie Ihre größte Wirkung entfalten. In den Köpfen Ihrer Gäste. Im Augenblick möchte ich, möchte ich diese Situation nicht verändern. Super. Ich glaube, mir wird es schlecht. Oh, ähm. Danke, vielen Dank. Total krass, ich bin total begeistert. Also ich fand es einfach total charmant. Malappengeschichte fand ich hilfreich und sehr humorig auch rübergebracht. Ich fand es herrlich, dieses direkte angesprochen werden und dass es so witzig ist. Was nehmen Sie heute Abend mit? Dass es total gut ist, wenn jemand nach dem Fachvortrag nochmal so Bausteine reingespielt bekommt und dann reagieren muss. Weil dann sehe ich, hat das Thema wirklich drauf oder ist es nur gelernt? Und? War es gelernt? Nein, es war drauf. Wenn Sie möchten, dass mein Vortrag bei Ihren Gästen noch nachhaltiger wirkt, dann ist mein aktuelles Buch eine gute Ergänzung. Es heißt, wer es leicht nimmt, hat es leichter, wie wir endlich aufhören, uns selbst im Weg zu stehen. Glauben Sie diesem Herrn Fischelick kein Wort? Der weiß viel zu viel über uns Jammerlappens. Das kann echt unangenehm für uns werden. Das ist wirklich eine Erste. Ausgejammert. Aha. So, kann ich jetzt gehen? Ja. Ja, Gott sei Dank. Ich habe mit mir noch eine Menge zu tun. Ich muss noch meine ganzen Gefühle sortieren. Außerdem habe ich jetzt wirklich die Fische dick. Äh, die Faxen. Die Faxen dick. 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 Ich bin wirklich die Faxen dick. Wombac die Füße dick.